Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag am Freitag. Die Sonne lacht, die Wolken ziehen so vor sich hin und es ist mal wieder ABG Info On Air Zeit. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine schöne Woche und ihr habt dann auch ein schönes Wochenende. Aber vorher, wie gesagt, gibt es uns. Heute nun für euch die zehnte Sendung in diesem Jahr und wir von ABG Info freuen uns wirklich, dass ihr uns begleiten könnt mit diesem Podcast. Was habt ihr denn so die Woche getan? Schreibt es doch einfach mal unter die Kommentare unter www.abg-info.de Wir zum Beispiel waren beim Kinderfest am Bismarckturm zugegen, also beziehungsweise ich. Ja, es war sehr schön. Ich konnte auch viel über Bienen lernen. Polycat war vor Ort. Es gab leckeres Gegrilltes, Musik wurde gespielt. Ja, also es war viel los für Kinder und ihre Familien. Ja, was ist noch geschehen diese Woche oder in der vergangenen Woche? Großbritannien steigt aus der EU aus. Ja, sollten vielleicht alle Nationen machen. Es gab auch zwei eher traurige Nachrichten, sagen wir mal. Zwei sehr gute Schauspieler sind von uns gegangen und spielen jetzt woanders. Und zwar Götzke Jürge und Bud Spencer. Ja, Bud Spencer ist einer meiner Kinder- und Jugendhelden auf der Leinwand. Habt die Filme sehr gerne gesehen. Was bleibt sind halt ihre Filme und die schönen Gedanken an eine wunderbare Kinder- und Jugendzeit. Ob es unseren Kindern heutzutage so vergönnt ist, so umsorgt und ruhig in Frieden aufzuwachsen. Ich weiß es nicht. Solange die Diktatur in Berlin und Brüssel an der Macht ist und die Menschen in ihrer Meinung um Freiheit, beziehungsweise im Leben beschneidet, sieht es nicht mehr so schön aus. Ja gut, wollen wir mal ein anderes Thema machen. Kleiner Tipp noch, wenn ihr euch wirklich informieren wollt, geht ins Internet, guckt euch kompakt an, nur wie so bei YouTube, filtet euch eine Meinung von zwei verschiedenen Seiten. Okay, kommen wir eigentlich zum wichtigsten Thema unseres Podcasts. Es soll ja keine politische Sendung hier werden. Wir haben wieder für euch einige interessante Informationen, Pressemeldungen und Veranstaltungstipps ausgewählt und kompakt zusammengeschmürt. Ja, nun viel Spaß mit den Informationen der vergangenen Woche. Ihr seid bei APG Info on Air. Ja, und nach dem wohlbekannten Intro kommen wir zu den aktuellen Meldungen aus Altenburg. So, was haben wir denn da für euch? Und zwar, ab heute geht es um Klassik unter freiem Himmel. Ja, so nennt sich die Konzertreihe auf dem Altenburger Markt. Nun, bereits zum dritten Mal wird der Altenburger Markt zur Open-Air-Bühne umfunktioniert. In diesem Jahr erklingt das leidenschaftliche Melodram Cavallaria Rusticana von Pietro Mascanis. In der stimmungsvollen Atmosphäre eines hoffentlich lauen Sommerabends auf dem Markt wird es sicherlich wieder eine riesengroße Superveranstaltung werden. Auf der 12x15 Meter großen Bühne nehmen über 100 Beteiligte von der Theaterphilharmonie Thüringen Platz und bringen die Melodien unter Leitung des Generalmusikdirektors Laurent Wagner zu Gehör. Die Aufführungen beginnen jeweils um 21 Uhr. Wie bereits in den Vorjahren sollten die, die egal bei welchem Wetter die Aufführung sehen wollen, sich ihre Karten schnell im Vorverkauf sichern, denn es gibt nur noch wenige Restkarten. Sollte dann der Wettergott natürlich nicht mitspielen, können diejenigen die Aufführungen im Landestheater Altenburg genießen. Die 5 Abendkassen übrigens werden auf dem Markt um 19 Uhr öffnen. Dort gibt es dann auch noch ausreichend Karten. Ja, und ab 19 Uhr können dann auch alle Besucher sich einen Platz in einem der gastronomischen Freisitze sichern und ihre Plätze einnehmen. Die Veranstalter halten aus der Erfahrung des Vorjahres hinaus mindestens 1000 Plätze vor und haben darüber hinaus noch einige in Reserve. Nach der Veranstaltung kann der Abend dann in Ruhe bei einem Glas Wein ausklingen. Die ansässigen Gastronomen freuen sich natürlich über den Zuspruch, auch nach dem Konzert. Ganz wichtig ist, an der Abendkasse kann nur Bar gezahlt werden und das Mitführen von Hunden zur Veranstaltung ist grundsätzlich nicht gestattet. Ja, und es gibt aufgrund dieses Classic Open Airs am 1. und 2. Juli Straßensperrung und zwar Vollsperrung des Marktes in der Zeit vom Dienstag, also vergangenen Dienstag, bis jetzt zum Sonntag den Dritten. Lieferzeiten für Anlieger sind davon nicht berührt. Die Zufahrt erfolgt aber nur über die Sporenstraße. Zweitens, die Zufahrt zu dem Parkflächenmarkt ist ebenfalls nur über die Klostergasse und die Brüdergasse möglich. Ja, und der Wochenmarkt am Samstag findet auf der Parkfläche vom Markt statt. Ja, diese ist dann für die Autos zum Parken in der Zeit zwischen 6 und 13 Uhr halt gesperrt. Ja, wir wollen ja noch frisches Obst und Gemüse kaufen, so lange es noch geht. Ja, Monsanto lässt ja grüßen durch das TTIP und das CETA, was ja leider, zumindest in das CETA, nur Brüssel entscheiden will. Okay, weiter geht's. Ja, es werden Streckenposten gesucht für die Thüringen-Rundfahrt der Frauen. In diesem Jahr wird Altenburg wieder Schauplatz der Thüringen-Rundfahrt der Frauen sein. Das sportliche Großereignis wird die Altenburger und viele Gäste am 17. Juli 2016 in seinen Bann ziehen. An dem Sonntag sind die weltbesten Radfahrerinnen rund um Altenburg unterwegs. Sie absolvieren in vier Runden ca. 117 Kilometer und in der Zeit von 11 bis ca. 12.30 Uhr findet auch erstmals in Altenburg das Jedermann-Rennen statt. Das kennen wir, glaube ich, auch aus Schmölln. Ja, für die Absicherung der Strecke werden im Stadtgebiet von Altenburg noch 18 Streckenposten benötigt. Die Einsatzzeit erstreckt sich in der Zeit von 10.30 bis ca. 12.30 und von 13.30 bis 17.30. Der Einsatz der Streckenposten wird dann übrigens im Rathaus koordiniert. Ja, und wer dann volljährig ist und durch sein ehrenamtliches Engagement zum Gelingen der Thüringen-Rundfahrt beitragen möchte, meldet sich in der Stadtverwaltung unter Telefonnummer 03447 594843 bei der Frau Hupka-Referatwirtschaftsförderung. Ähm, die nächste Meldung kommt vom Residenzschloss. Es geht los. Ja, die Instanzsetzung der Schlossfassade beginnt. Ja, natürlich mit einem Bürgerfest am 15. Juli 2016. Ja, wenn das kein Grund zum Feiern ist, ne? Die denkmalgerechte Instanzsetzung der Hauptfassade des Altenburgerschlosses hat begonnen. Spezialisten sind dabei, an der nach Westen zeigenden Seite ein Gerüst zu errichten. Die Aufgabe ist wegen der Flächengröße und der Hanglage eine echte Herausforderung. Kann man ja sehen, also wird ganz schön was gebaut. Am 15. Juli soll das Gerüst stehen. An dem Freitag wird am Nachmittag auf der Wiese unterhalb des Schlosses zu einem Bürgerfest geladen. Die Gastwirtschaft Kulisse sorgt für die gastronomische Betreuung und Livemusik. Es ist übrigens mehr als 200 Jahre her, dass es grundlegende Arbeiten an der stadtseitigen Schlossfassade gegeben hat. Mit dem eingangs erwähnten Bürgerfest soll die Tatsache gewürdigt werden, dass ein derartiges Mammutprojekt nach so langer Zeit und trotz knapper öffentlicher Kassen gestemmt werden kann. Übrigens wird der Oberbürgermeister Michael Wolf das Bürgerfest um 16 Uhr auf der Wiese unterhalb des Schlosses eröffnen. Geplant ist, dass er die Besucher aus dem Korb eines Hubsteigers begrüßt. Ja und der Schützenverein Barbarossa wird den Startschuss für die eigentlichen Arbeiten an der Fassade geben. Ja und für Besucher, die nicht unter Höhenangst leiden, gibt es an dem Tag noch ein besonderes Angebot. Sie können unter Führung eines Experten das Baugerüst besteigen. Etwa auf halber Höhe wird sich eine Art Aufsichtsplattform befinden, die dann erklommen werden kann. Die Offerte gilt nur zur Feier des Tages, also ist wirklich nur an diesem Tag möglich. Die erste Führung ist um 16 Uhr, alle anderen folgen dann in Abstand von 30 Minuten bis gegen 20 Uhr. Und zu jeder Führung sind maximal 10 Erwachsene, also jetzt nochmal genau zuhören, 10 Erwachsene Mindestalter 18 Jahre zugelassen. Ja, das klingt doch ganz interessant, würde ich mal sagen. Weitere Infos dann in der Pressemeldung zur Instandsetzung der Schlossfassade. Den Link dazu findet ihr in den Shownotizen unter www.abg-info.de Ja und nach den Meldungen aus Altenburg für euch jetzt noch zwei Verkehrsmeldungen, was die kommende Woche betrifft. Und zwar am Mittwoch, den 6.7. ist mal wieder die Teichstraße gesperrt. Aufgrund einer Kranstellung zwecks Anlieferung von Balkonelementen kommt es am Mittwoch, den 6.7. erneut zur Vollsperrung der Teichstraße zwischen Kesselgasse und der Hausnummer 24. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Straßenverkehrsbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Kenntnisnahme und Verständnis. Ja, die zweite Meldung handelt vom Markt, dem Parkplatz auf dem Markt besser gesagt. Am 8.7. veranstaltet das Fohnhaus Altenburg ein Sommerfest auf dem Parkplatz am Markt. Aus diesem Grund ist an dem Tag der Parkplatz für den Fahrzeugverkehr vollgesperrt. Auch hier bittet die Straßenverkehrsbehörde alle Verkehrsteilnehmer um Kenntnisnahme und Verständnis. Alle Links zu diesen Informationen findet ihr wie gehabt in den Show-Notizen unter www.abg-info.de So, nach den aktuellen Nachrichten aus Altenburg kommen wir nun mal ins Altenburger Land. Ja, mit den aktuellen Mitteilungen aus Politik, Wirtschaft und eben den verschiedenen Stadtverwaltungen. Da hat uns folgende Mitteilung aus Schmölln erreicht. Augenarztpraxis in Schmölln ist bis auf weiteres geschlossen. Die Augenarztpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums MVZ am Klinikbereich in Schmölln ist seit dem 22.06. bis auf weiteres geschlossen. Trotz intensiver Bemühungen der Geschäftsführung konnte eine augenärztliche Nachbesetzung nicht realisiert werden. Die Praxis wurde viele Jahre von Dr. Carolin Pressau geleitet. Die Fachärztin für Augenheilkunde verließ das MVZ im vergangenen Jahr, um wohnortnah in Merane tätig zu werden. Ihre Nachfolge trat zu Jahresbeginn die Augenärztin Sandy Gröber an. Sandy Gröber verlässt das MVZ nach kurzer Zeit, um sich mit eigener Praxis in Leipzig niederzulassen. Es ist sehr schwierig, aber wir suchen weiter intensiv nach einer Lösung, den Praxisbetrieb fortzusetzen. Schildert Thomas Altenburg, Geschäftsführer der Medizinischen Versorgungszentren Altenburger Land GmbH die Situation? Wir sind uns bewusst, dass eine große Versorgungslücke in Schmölln entsteht. Aber der rasche Personalwechsel zeigt auch, wie hart umkämpft der Stellenmarkt um die wenigen vorhandenen Augenärzte ist. Die Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Klinikums Altenburger Land GmbH. Unter ihrem Dach vereint sie in Altenburg, Schmölln und Gösnitz Haus- und Facharztpraxen mit dem Anliegen, eine wohnortnahe medizinische Versorgung im Altenburger Raum sicherzustellen. Also ich werde mich wohl auch sputen müssen für einen neuen Termin beim Gucke-Doktor. Ja, Termine gibt es ja wohl erst wieder am 1. September. Mal gucken, ob ich auch mal wieder einen bekomme. Ja, was habt ihr denn so erlebt bei Augenärzt oder generell bei Fachärzten wegen Termin? Ihr könnt ja was dalassen unter den Kommentaren auf www.abg-info.de slash show10. Ja, und die besten Pedalritter des Altenburger Landes wurden ermittelt. 74 Mädchen und Jungen aus dem 4. Klassen der Grundschulen des Altenburger Landes beteiligten sich am Finale der diesjährigen Fahrradausbildung. Organisiert wurde der seit vielen Jahren zur Tradition gewordene Verkehrssicherheitstag im Verkehrsgarten in der Altenburger Max-Liebermann-Straße gemeinsam von der Polizeiinspektion Altenburger Land, dem Landratsamt Altenburger Land, der Kreisverkehrswacht und dem ADAC-Motorclub Schmölln. Neben einer theoretischen Prüfung hatten die Kinder unter anderem einen Fahrradparkours möglichst fehlerfrei und schnell zu bewältigen, einen Wissenstest zu bestehen sowie technische Defekte an einem Fahrrad zu erkennen. Die besten Jungen und Mädchen waren durch die verantwortlichen Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Altenburger Land im Rahmen der Fahrradausbildung an den jeweiligen Grundschulen für dieses Finale nominiert worden. Bei den Mädchen durfte sich Mia Röber, Grundschule Windisch-Läuber, über das beste Ergebnis freuen. Sieger bei den Jungen wurde Luca René Henkel aus der Grundschule Schmölln. Das ist sicherlich auch eine gute Sache. Die Platzierung könnt ihr nachlesen unter www.abg-info.de slash show10. Dort ist dann der weiterführende Link zu dieser Meldung. Ja, und wir hatten ja schon berichtet über die Kinder von Belarus. Zehnjähriges Jubiläum der Belarus-Hilfe des Magdalenenstifts. Der Lions Club Altenburg übergibt eine großzügige Spende für die Ferienaktion. Über 100 Freunde und Förderer der Belarus-Hilfe des Magdalenenstifts feierten bereits am Sonntag, den 19.06. die Eröffnung der diesjährigen Ferienaktion für kranke und gefährdete Kinder im Festsaal der Altenburger Brauerei. Zehn Jungen und zehn Mädchen im Alter von 8 bis 13 Jahren erleben derzeit unvergessliche und hoffnungsstiftende Ferien in unserem schönen Altenburger Land. Die Kinder stammen aus Petrischki, Minsk und der durch die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor 30 Jahren besonders betroffenen Region Hommel. Die Eröffnungsfeier stand dieses Jahr ganz im Motto des Jubiläums der Belarus-Hilfe. Unter Trägerschaft der Stiftung Magdalenenstift organisieren die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer die Hilfsaktion für die Kinder aus Weißrussland nunmehr zum zehnten Mal im Altenburger Land. Eine besondere Freude war die großzügige Spende des Lions Club Altenburg im Rahmen der Feier. Gunter Pallmann und Jürgen Schröder übergaben eine Unterstützung von 1000 Euro zugunsten der Kinder. Seit vielen Jahren unterstützt der Lions Club die Hilfsaktion mit großem Engagement. Ja, und die Organisatoren der Ferienaktion dankten dem Vertreter des Lions Club Altenburg sehr herzlich für die Spende und die langjährige zuverlässige Unterstützung. Ja, also ist sicherlich auch eine schöne Aktion und eine tolle Sache. Und wir haben eine Meldung der AOK+. Gesundheitskarte darf im Reisegepäck von Kindern nicht fehlen. Vor wenigen Tagen starteten in Sachsen und Thüringen die Sommerferien. Passend dazu möchte die AOK+, Eltern erinnern bei den Reisevorbereitungen neben der eigenen, auch die elektronischen Gesundheitskarten der Kinder nicht zu vergessen. Die Checkkarte gilt als Berechtigungsnachweis für die Inanspruchnahme von Leistungen. Vor allem bei Ferienlagern oder wenn es für einige Tage zu Oma und Opa geht, aber auch bei einem Aufenthalt von Scheidungskindern bei den jeweils anderen Elternteilen, sollte die elektronische Gesundheitskarte stets im Gepäck dabei sein. Rechtzeitig vor Beginn der Haupturlaubszeit hat die AOK auch die Faktenbox Reiseapotheke für Kinder veröffentlicht. Auf einen Blick fasst die Box zusammen, was bei Reisen mit Kindern nicht fehlen sollte. Vom Fieberthermometer über das Desinfektionsmittel bis zum sterilen Mundpflaster. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf das Thema Sonnenschutz gelegt. Der Grund hier, regelmäßige intensive Sonnenbestrahlung und Sonnenbrände in der Kindheit erhöhen nachweislich das Hautkrebsrisiko im Erwachsenenalter. Die neue AOK Faktenbox ergänzt das bereits bestehende Informationsangebot der AOK von inzwischen 13 Boxen zu verschiedenen Medizin- und Gesundheitsthemen. Das Spektrum reicht von Thema Impfen über den Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungsmitteln bis zum Nutzen eines jährlichen Ultraschalls zur Früherkennung von Eierstockkrebs. Auch Leistungen wie die Pflegeberatung, die Kostenübernahme für Zahnspangen oder die Zahlung von Kinderkrankengeld durch die gesetzlichen Kassen werden kurz und verständlich erklärt. Ja, weitere Infos hierzu unter der bekannten Adresse zur Sendung www.abg-info.de Und jetzt die letzte Meldung aus dem Landkreis bzw. Politik und Wirtschaft geht auch an alle Kleingärtner. Also, Kleingärtner aufgepasst, Wettbewerb Gärten im Städtebau ist gestartet. Die rund 14.000 Kleingärtenvereine in Deutschland setzen wichtige Impulse über den eigenen Gartenzaun hinaus in ökologischer und gesellschaftlicher Hinsicht, sagt der Bundestagsabgeordnete Volkmar Vogel aus Ostthüringen anlässlich der Auslobung des Bundeswettbewerbs Gärten im Städtebau 2018. Unter dem Motto Gerade in Städten sind Grünflächen wertvoll für die Umwelt, aber vor allem auch für die Menschen, so Volkmar Vogel. Der Baupolitiker weiß, in dicht besiedelten Gebieten konkurrieren Bau und Infrastruktur, Landwirtschaft, Natur- und Umweltschutz sowie Freizeit um den Grund und Boden. Deshalb plädiere ich, wenn immer möglich, für die Mehrfachnutzung. Kleingärten bieten hierfür hervorragende Möglichkeiten. Der im Vierjahresrhythmus stattfindende Wettbewerb ist zweistufig aufgebaut. In den Jahren 2016-2017 wählen zunächst die Landesverbände ihre Favoriten. Städte und Gemeinden, kleingärtnerische Organisationen und Vereine können nun ihre Projekte melden, so Vogel. Thüringen hat hier einiges vorzuweisen, von Streuobstwiesen und Feuchtbiotopen über Lehrgärten bis hin zu Tafelgärten. Im Jahr 2018 wählt dann eine Jury unter dem 24 Landessieger wiederum die besten aus. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.kleingarten-bund.de Den Link zu dieser Seite findet ihr dann auch unter unseren Shownotizen. An die Shownotizen kommt ihr über www.abg-info.de Ja, das soll es erstmal aus Altenburg und dem Altenburger Land gewesen sein. Jetzt für euch mal wieder unser Intro. Danach geht es weiter mit den Sport- und den Polizeinachrichten sowie einigen interessanten Veranstaltungstipps für das Wochenende. Alles klar, bis gleich. So, ja, und nun das Sportliche aus dem Landkreis. Wir haben wieder einiges zu vermelden. Und zwar haben wir eine Information zu weiteren zwei Neuzugängen beim ZFC Meuselwitz erhalten. Der erste Neuzugang ist der Rufat Dadaschow und er stürmt ab sofort für den ZFC. Mittelstürmer Rufat Dadaschow wechselt zur neuen Saison zum ZFC Meuselwitz. In der letzten Saison hat der 24-Jährige für Germania Halberstadt zehn Treffer erzielt. Ja, beim ZFC hat er einen Einjahresvertrag unterschrieben. Rufat ist der Nationalität nach Aserbaidschaner und hat für Berti Vogts in der Nationalelf bereits 16 Länderspiele absolviert. Ja, und dort auch vier Treffer gehabt. Nr. 2 im Bunde ist Matthias Böhler. Auch er wechselt nach Meuselwitz und zwar von FC Carl Zeiss Jena. Aus der Reservemannschaft des FC Carl Zeiss Jena wechselt mit Matthias Böhler ein weiterer Stürmer zum ZFC. Der in Würzburg geborene 1,87 Meter große Spieler wechselte 2010 nach Jena und absolvierte im ersten Jahr im Männerbereich 13 Oberligaspiele, hat dort neun Tore geschossen und drei Regionalligaspiele. In Meuselwitz hat er einen Vertrag bis 2017 unterzeichnet. Und ja, auch mal wieder was vom Schießsport. Gewehrschützen überzeugen auf 300 Meter. Im Rahmen der 26. Thüringer Landesmeisterschaften fand am vergangenen Wochenende der Wettkampf mit dem Großkalibergewehr auf der 300 Meter Bahn in Trükleben statt. Die Sportler der SG Schmölln dominierten das Geschehen und räumten zahlreiche Titel ab. Zum Beispiel in der Disziplin Standortgewehr, in der kniend, liegend und stehend geschossen wird, holte Jan Freitag in der Herrenaltersklasse mit 529 Ringen ganz souverän die Goldmedaille. Bei den Senioren reichten Rolf Thielicke überzeugende 475 Treffer für den ersten Platz und den Landesmeistertitel. Beim Liegenkampf ging Markus Hortung für den Schmöllnerverein an den Start und landete auf Rang 1. Mit 60 Schuss schaffte er überragende 589 Ringe und verfehlte den Landesrekord um nur 4 Zähler. Die Herrenaltersklasse lag komplett in der Hand der Knopfstädter. Jan Freitag schoss sich mit 585 Treffern erneut auf den ersten Platz. Alexander Eckhardt 574 Ringe sicherte sich Rang 2 und Andreas Flöder holte mit 566 Ringen verdient Bronze. Bei den Senioren hatte Thielicke keine Chance gegen den Godauer Kontrahenten. Mit gut 558 Ringen und damit 10 Ringen Abstand zum Drittplatzierten konnte er sich über Silber freuen. Aufgrund der guten Einzelwertungen lag das Team der SG Schmölln in der Mannschaftswertung ganz vorn und gewann Gold. Auch Nachrichten vom Leichtathletik hat uns wieder erreicht und zwar Kreismeisterschaften der Leichtathletik sind absolviert. Bei sehr guten äußeren Bedingungen gingen die Sportler des SV Lerschenberg am vorletzten Wochenende bei den diesjährigen Kreismeisterschaften des Altenburger Landes an den Start. Erfolg war die hohe Teilnehmerzahl bei den Athleten der jüngeren Jahrgänge, sodass es zu spannenden Wettkämpfen kommen konnte. Und natürlich sprachen die Sportlerinnen und Sportler des SV Lerschenberg e.V. wieder ein gehöriges Wörtchen beim Kampf um vordere Platzierungen mit. So traten diesmal die kleinsten Mitglieder des Vereins der AK6 an und wurden durch Julian Fischer und Ami Harnisch jeweils zweifache Kreismeister. Max Eichler als Kreismeister der AK8 und Toni Böckel als Zweiter im 50 Meter Sprint und Dennis Heilmann als Gewinnerin bei den Mädchen unterstreichen eindrucksvoll, dass gerade in den Sprintdisziplinen der SV L sehr stark einzuschätzen ist. In Summe traten für den SV Lerschenberg 58 Sportler an und errang 67 Kreismeistertitel, 38 Zweiteplätze und 16 Bronzemedaillen. Mehr an Ergebnissen zu den Kreismeisterschaften der Leichtathetik könnt ihr in der Pressemeldung auf unserer Webseite www.abg-info.de erfahren. Ja und jetzt nochmal eine Information des ZFC Meuselwitz. Es geht hier um den Saisonstart der ersten Mannschaft. Der offizielle Saisonstart ist am heutigen 1. Juli. Das erste Testspiel findet am 9. Juli in Ernhain statt. Der ZFC Meuselwitz startet natürlich dann mit neuer Kleidung des Ausrüsters Hummel in die 8. Regionalliga Saison. Folgende Testspiele sind bislang vereinbart. Am 9.07.13.30 gegen den SV 1879 Ernhain. Spielort ist in Ernhain. Am 15.07.18.30 gegen den BSG Wismut Gera. Spielort ist in Wintersdorf. Am 19.07.19 Uhr ZFC gegen SG Union Sandersdorf. Spielort in Meuselwitz ist die Blue Chip Arena. Ja und das war es vom Sport für diese Woche. Ja und ganz sportlich geht es auch in den Polizeimeldungen zu. Es ist wieder viel passiert und ihr könnt heute wieder auch viel erfahren. Ja und der Polizeibericht wird wie immer präsentiert von Fahrenfetzt, eure Fahrschule im Altenburger Land. Da kommen wir doch gleich mal zum 25.26.06. Das ist das letzte Wochenende. Da wurde wieder ein Fahrzeug aufgebrochen. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag den 23.06. bis Freitag 24.06. gewaltsam in einen abgestellten Kleinbus eingedrungen. Der VW Karavell stand abgeparkt in Altenburger Mittelstraße. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine schwarze Handtasche. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der angezeigten Straftat gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen. Und, was auch mal schön ist, es wird ein Sprayer gefasst. Aufmerksame Bürger konnten am Samstag gegen 17.55 einen 18-jährigen Mann stellen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Dieser hatte das Kulturhaus mit Farbspray beschmiert. Bei den weiteren Ermittlungen wurden etliche weitere Graffiti in Treben und in Gerstberg festgestellt, welche dem Sprayer zuzuordnen sind. Auch in Meuselwitz wurden kurze Zeit später gegen 22.40 Uhr zwei vermummte Personen dabei beobachtet, wie diese die Kirsche in der Zeitser Straße mit Farbe beschmierten. Die beiden Tatverdächtigen konnten später im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen aus Altenburg und dem 19-jährigen Tatverdächtigen aus Meuselwitz wurden Spray-Utensilien und Sturmhauben aufgefunden. Am 25.06 gegen 22.25 Uhr war eine 38-jährige Frau mit ihrem Fahrrad, welches sie schob vom Sommerfest in Fockendorf auf den Weg zum Campingplatz nach Pana. Dabei benutzte sie den Waldweg zwischen Fockendorf und Pana. Auf diesem Weg soll von hinten ein männlicher Radfahrer sich ihr genähert haben. Dieser soll die Frau in ein kurzes Gespräch verwickelt und sie so dann in den Wald gestoßen haben. Der Frau gelang es, sich loszureisen und zu flüchten. Auf dem Campingplatz angekommen, wurde die Polizei verständigt. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Es ist nur bekannt, dass der Täter gebrochen Deutsch mit ausländischem Akzent sprach. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung wurde durch die Kripo Altenburg eingeleitet. Zeugenhinweise zur Tat in den Tätern werden erbeten unter 03447 4810. Ja, und wieder wurden einmal auch Fahrräder entwendet. Unbekannte Täter entwendeten von einer Terrasse in der August-Bäbelstraße im Winterschleuber ein dort gesichert abgestelltes Fahrrad der Marke Gostakana in der Farbe Schwarz. Ein gesichertes Fahrrad der Marke K-Genesis in der Farbe Grau wurde vom Zeltplatz Pana entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter 03447 4710 melden. So, und kommen wir nun zum 28.06. Da geht es mal wieder um eine Alkoholfahrt und der Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs. Gegen 22.15 Uhr wurde in der Kauerndorfer Allee nach einem Rotlichtverstoß ein 54-jähriger Fahrer eines PKW Skoda kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde Atemalkohol wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Und in Gartenlauben wurde eingebrochen. Im Zeitraum vom 26.06. zum 27.06. wurde in mehrere Gärten in der Gartenanlage Morgensonne eingebrochen. Unbekannte Täter trangen gewaltsam in mehrere Gärten ein und zerstörten Gegenstände. Entwendete Gegenstände wurden zum großen Teil in anderen Gärten wieder aufgefunden. Es entstand Sachschaden an allen Gärten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Am 29.06. kam es zu einem schweren Verkehrsunfall bei Schmölln. Gegen 9.05 Uhr ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Schmölln und der Autobahnanschlussstelle Schmölln L1361 ein schwerer Verkehrsunfall, in den drei PKW involviert waren. Eine 38-jährige Fahrerin eines PKW Seat Exeo fuhr von der Autobahn 4 kommen in Richtung Schmölln. Ihr kam eine 63-jährige Fahrerin eines PKW Chevrolet entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Chevrolet-Fahrerin in den Gegenfahrstreifen, in dessen Folge es zum seitlichen frontalen Zusammenstoß mit den Seat kam. Dadurch wurde der Seat in Fahrtrichtung in den Straßengraben gedrückt. Die Chevrolet-Fahrerin verlor daraufhin die Kontrolle, geriet in Schlingern und wurde wieder in Richtung der eigentlichen Fahrbahn gelenkt, wo sie frontal in die Beifahrerseite eines Daimler-Kreisler-Schiebs kollidierte. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Chevrolet wurde durch den Umfall schwer verletzt, die Seat-Fahrerin leicht. Beide kamen ins Krankenhaus nach Altenburg. Der Schiebfahrer blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden und die Fahrbahn dadurch abgestumpft. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Gegen 11 Uhr wurde diese Sperrung aufgehoben. Am 30.06. konnte die Polizei uns Folgendes berichten. Es wurde in Meuselwitz Buntmetall entwendet. Im Zeitraum vom 28.06. bis 29.06. wurde in der Georgenstraße in zwei Lokomotiven vom Kohlebahnverein Hasselbach e.V. eingebrochen. Unbekannte Täter bauten dort Schaltelemente aus Kupfer, Messing und Aluminium aus und entwendeten diese. Eine Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bei der PI Altenburger Land unter 03447 4710 melden. Ja und auch in Luka wurde eingebrochen und zwar ins Vereinshaus des Heimatvereins Luka e.V. in der Altenburger Straße. Unbekannte Täter drückten gewaltsam den Fensterladen auf der Rückseite des Gebäudes auf und schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und eine leere Spendenbox aufgebrochen. Entwendet wurde ansonsten nichts. Auch hier bitte wer Hinweis zum Sachverhalt geben kann, soll sich mit der PI Altenburger Land in Verbindung setzen. Ja und jetzt nochmal zu einem Umfall beim Abbiegen mit einem Pkw kollidiert. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 29.06. gegen 16.20 Uhr auf der Hauptstraße in Göllnitz. Ein 47-jähriger Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters hatte die Absicht aus der Zufahrt zur Biogasanlage auf die Hauptstraße abzubiegen. Dabei kam der 47-Jährige zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort entgegenkommenden 59-jährigen Fahrer eines Pkw BMW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der BMW war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Ja und die Meldungen von heute sind auch gerade eingetroffen. Ja hier geht es auch mal wieder um Alkoholeinfluss im Straßenverkehr. In Meuselwitz am 30.06. um 20.20 Uhr stellte die Polizei einen Fahrradfahrer im Wirkerpark fest. Während des Gesprächs räumte er ein Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Eine Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ebenfalls am 30.06. gegen 16.40 Uhr befurte eine 48-jährige Fahrerin eines Pkw-VW die Poststraße und touchierte dabei seitlich einen Pkw-Audi. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der VW-Fahrerin Atemalkohol festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ja und kommen wir nochmal kurz zurück nach Meuselwitz. Dort wurde in den Baumarkt eingebrochen. Im Zeitraum vom 29. zum 30.06. wurde in den Sonderpreisbaumarkt in der Johann-Christian-Kluge-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter durchstrennten eine Sicherungskette im Außengelände und entwendeten sechs Holzzaunsfelder. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer hier Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bei der PI Altenburg-Land unter 03447 4710 melden. Weitere Polizeimeldungen könnt ihr unter www.abg-info.de in der Rubrik aktuelle Polizeinews nachlesen. Das war's jetzt vom Sport und der Polizei. Ja und nach dem Intro habe ich dann für euch noch die aktuellen Veranstaltungen. Ja ähm bis dahin. Ja und willkommen zurück bei abg-info on air, eure Podcast-Sendung aus dem Altenburger Land. Jetzt habe ich für euch mal noch, ja ähm drei, vier Veranstaltungstipps. Ja und für die Veranstalter unter euch, wollt ihr eure Veranstaltung vielen Menschen publik machen, so sendet uns eure Veranstaltungsdaten einfach per Mail zu. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Webseite www.abg-info.de. Schickt uns eure Veranstaltungstipps bzw. eure Veranstaltungsdaten zu und wir setzen sie ein. Dann werden sie auch bei uns gelesen. Gut, beginnen wir mal. Heute zum Freitag, ja wie jeden Freitag, Sachs Clubzone Schmölln. Und heute ist die Ein-Euro-Party. Heute feiert ihr richtig günstig. Mit Facebook-Zusage zahlt ihr bis 23 Uhr nur 1 Euro Eintritt. Außerdem gibt es viele verschiedene Getränke für nur 1 Euro. Einlass ist P16 mit Aufsichtsübertragung und Begleitperson. Ja, den Rest könnt ihr dann nachlesen. Im Mainfloor spielt DJ Max. Ja, und es ist Open-Air-Zeit. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Denn heute und morgen, ab 21 Uhr, gibt es das Sommer-Event in Altenburg. Und zwar ist die Open-Air-Aufführung Cavalaria Rusticana geplant. Los geht's ab 21 Uhr. Dazu könnt ihr auch etwas auf unserer Seite noch nachlesen. Den Link zu der Pressemitteilung erfahrt ihr in den Schuhnotizen unter www.abg-info.de Slash Schuh 10 Ja, und am 3. Juli sind die Hoch- und Deutschmeister im Altenburger Schloss. Ja, und zwar machen die eine Schlössertourne 2016 unter dem Motto Kaiserklänge. Die 1696 gegründeten Original-Hoch- und Deutschmeister werden im Rahmen ihrer Schlössertourne 2016 ihre traditionsreiche und vor allem aus dem Sissi-Film bekannte kaiserliche Militärmusik zum Besten geben. Ja, das ist doch auch was, ne? Der Einlass beginnt 15 Uhr und ab 16.30 Uhr kann man die Kapelle hautnah erleben. Ja, und die letzte Veranstaltung für heute, die wir euch mitteilen können, ist das Bauernhof-Konzert im Schlosshof Ponitz. Mit einem Bauernhof-Konzert endet die Spielzeit 2015-16 nun endgültig. Am Sonntag, den 3. Juli um 15 Uhr spielt die Musik auf dem Schlosshof Ponitz. Das Philharmonische Orchester Altenburgera musiziert vor der imposanten Schlosskulisse unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Wicklein, der auch die Moderation übernimmt. Bei Kaffee und Kuchen unter Ginkubäumen kann man den Sommer bei wunderschöner Musik und hoffnisch strahlenden Sonnenschein so richtig genießen. Neben dem sehenswerten sanierten Renaissance-Schloss wird auch die benachbarte Friedenskirche geöffnet, in der man eine der kostbarsten Silbermann-Orgeln Thürings bestaunen kann. Ja, und für euch nochmals der Link zu den Shownotizen dieser Sendung www.abg-info.de Ja, und das war es schon wieder für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, jetzt mache ich erstmal Kaffeepause. Ja, wir haben es kurz vor 17 Uhr. Ich lade diese Show jetzt noch hoch und dann könnt ihr sie anhören. Ja, und ich würde mich trotzdem über eine Rückmeldung von euch sehr freuen, wie ihr dieses Sendeformat findet. Okay, danke fürs Zuhören und bis denne, euer Uni, ciao. Vielen Dank.